Zelda Tears of the Kingdom hat eine Sache, die Breath of the Wild nicht hatte. Dungeons. Endlich sind die großen Rätsel, die wir schon aus vergangenen Zelda-Games kennen, zurück. Machen wir uns also gemeinsam auf zu den Zoras und bewältigen zusammen mit Sidon den ersten Dungeon in Zelda Tears of the Kingdom. Lasst mich euch eins sagen, es wird sehr nass. Oh mein Gott! Nein! Dann reden wir mal mit Sidon. Hi Sidon, na alles fresh? Kennst du mich noch? Bist das wirklich du? Jaja, wir kennen uns, das Breath of the Wild. Sidon! Ich freu mich so sehr, Link! Ach Link, wie lang ist das her? Siehst du, sei es spurlos verschwunden. Ich hab euch richtig Sorgen gemacht. Sag schon, was ist passiert? Ba-ba-ba-di, ba-ba-ba-ba-ba-ba, Zelda weg und dann plötzlich Puff und Garmin war da huuuh und ich war so aah. Und dann ist Zelda huuuh gegangen und ich war huuuh. Totosee, hier rein müssen wir. Dahin, perfekt. Na dann, gehen wir doch dorthin. Zack, 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 zack. Tut, 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 tut. Ja, schlamm, no bueno. Okay, der Totosee schaut nicht mehr so ganz aus wie ein See, muss ich sagen. Hi, na? Durch den Kataklysmus wurden die Klippen zerstört und die alten Ruinen kamen zum Vorschein. Okay. Eine antike Zora-Tafel. Diese eleganten Schwünge, eine Inschrift, die wie stürmische Bogen anmutet. Zack. Dann können wir das hier greifen. So funktioniert der Spaß. Okay. Das ist der richtige Hase. Perfekt. Link. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Ach, alles gut. Das ist mein Job, weißt du. So Held sein und so. Ah. Kristallwasserpalast. Hello. Na, what's poppin'? Mr. Dorifan, König der... Junge, du siehst nicht gut aus, Bro. Oh, Musu. Hello. Na sowas. Ist das etwa Link? Du hier? Alter, meine Musu-Imitationen sind immer so gut. Wir grüßen dich, Link. Lang ist es her, dass wir miteinander sprechen konnten. Sag, was führt dich zu uns? Die schreckliche Katastrophe, der Schlamm, das Ungeheuer. Ja, sogar das Mysterium um Zelda. Wir sind uns ganz sicher. Die Antworten auf all jene unerklärlichen Dinge harren in den höchsten Höhen. Zelda hat die Zoras angegriffen. Zelda war so, no, kein Bock mehr auf euch Fische. Überschlammen wir das Ganze. Das bedeutet, wir gehen jetzt unsere Zora-Rüstung holen. Hallo. Guten Abend, Link. Sag, hättest du vielleicht diesmal einen uralten Arubaner? Ja, hier, bitteschön. Zora-Rüstung, let's go. Einwandfrei repariert. Zora-Rüstung, rein da. Okay, wir müssen ja wieder auf zum Totosee, Alter. Diese Viecher sind so crazy. Easy. Ist das Wasser oder ist das Schlamm? Das ist Wasser. Das geht doch easy. Da mit den Paraglider rein und dann hochschwimmen. Ja, hä? Easy. Hier irgendwo muss doch so ein Kreis sein. Oh, warte. Warte. Yo, diese Steine ergeben meine Träne. It's done and freaking dusted, baby. Das haben sie richtig cool gemacht, diese Träne. Nein! So, Sidon. Hallo. Link, wie steht es? Hast du etwas herausfinden können? Ja, großes Baba-Bubu-Licht, als ich Pfeil durch Tropfen geschossen habe. Wenn ihr beide zusammenarbeitet, du und Link, werden wir ganz sicher auch diese Krise überstehen. Hä? Schlamm-Raub-Schleim. Bitte zieh noch einmal an meiner Seite in die Schlacht. Du, keinen Stress. Wenn wir nicht näher rankommen, haben wir keine Chance. Nimm dich in Acht. Ah. Bam, 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 bam. Okay, Sidon, wir brauchen deine Wassermacht. Los geht's. Warte, was? Dieses Schild hält genau einen Hit aus? Okay, Sidon, gib mir mal dein Schild. Wenn wir nicht näher rankommen, haben wir keine Chance. Nimm dich in Acht. Komm her. Bro. Öffne deinen Mund. Zack, zack, zack. Sehr gut. Sidon, geh doch aus dem Weg, Mann. Das kannst du doch gerne mal zählen. Okay, nice. Sehr gut. Sidon, wir hitten wieder und bitten Sidon, dass er uns ein Schild gibt. Sidon, 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 Sidon. Bro, bro, mach nicht diesen. Sehr geil. Sidon, Sidon, Sidon. Oh, das war wichtig. Eieieiei. Okay, okay, okay. Ah, mein Gott. Einer Hit. Nein. Kein Grund zur Panik. Sidon. Ah. Let's go. Wuhu. Das war anstrengend, als ich gedacht hatte. Und wir brechen jetzt zur Lichtsäule auf Link. Ich gehe schon mal vor. Du findest mich dann dort. Alles Klärchen, Bärchen. Alles Klaro im Tornado. Wir untersuchen jetzt hier noch den Chest. Ein Königs-Zweihänder-Wahnsinn. Das haben wir jetzt daraus bekommen. Das ist ja mega. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert diesen YouTube-Kanal. Lasst doch einen Like da. Und schaut bei den anderen Socials vorbei. Instagram und TikTok vorallem. Um keinen Content mehr zu verpassen. Und jetzt viel Spaß mit dem restlichen Video. Okay, wir nehmen jetzt einmal noch mehr Ausdauer mit. Weil, wenn es so wie in Breath of the Wild ist, dann bekommen wir nach der Story eh ein Herz. Und vier Herzen, glaube ich, reichen für den ersten Boss-Fight-Dings da. Nice. Okay, wir haben ja Ausdauer. Das heißt, wir gehen jetzt zum östlichen Stausee. Dort, wo der Titan im Breath of the Wild stand. Und wir segeln, 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 segeln im Sauseschritt. Okay, hello. Na, Sidon. Alles Klärchen, Bärchen. Ich hab eine Idee. Oh ja, klasse Idee. Muss ich auch schwimmen, oder? Er macht einfach einen Wassertornado. Auf zum Weg nach Narnia. Das ist richtig geil gemacht. Flup. Und drinnen bin ich. Oh. Okay, wir sind aber jetzt nicht im Himmel. Wir sind unter der Erde. Ah. Okay. Okay, wild. Wir sind hier in den Ruinen. Ja, oh. Oh. Antikes Zora-Heiligtum. Zack. Zack. So geht's. Easy. Ah. Wer kommt hier? Okay. Okay. Ah. Na klar, so ein kleiner Holzklotz kann das auch fluten. So eine Fackel mit einem Stein dran kann so eine Mauer durchbrechen. What is happening now? Was passiert hier? Sehr viel Wasser. Aber jetzt kann man den Wasserfall hochschwimmen. Yo. Okay. Wenn wir diesen Wasserfall erklimmen, gelangen wir hoch in den Himmel. Link, du bist einfach spitze. Danke sehr. Und rauf mit uns. Tschau. Inseln der sprudelnden Wasser. Das ist einfach Moon Gravity. Hallo. Oh mein Gott. Wait, what? Hi, Sidon. Oh ja. Da will ich mit. Oh. Das ist ja cool. Das sind doch mega diese Dinger. Alter, das ist so cool. Keine Müdigkeit vorschützen. Link. Wir teilen uns auf. Ah. Flop. So. Zack, 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 zack. Komm schon. Danke sehr. Okay, nice. Okay, okay. Nice. Sehr gut. Zack. Runter mit dir. Tschüss. Weg. Weg da. Tschüss. Nice. Wir gehen jetzt vom Wasserfall zu Wasserfall. Sehr gut. Oh, und hier ist ein Schrein. Der Igo-Schon-Schrein. Rein da. Schwebendes Wasser. Das haben sie sich richtig geil überlegt, finde ich. Das schwebende Wasser. So, und in der Wasser-Bubble wieder noch oben. Okay, dann werden wir hier weitergetragen. So. Sehr gut. Nice. Sehr geil. Der wird nur dran pieksen. Oh, mashallah. Okay. Easy peasy. Lemon and squeezy. Hi. Ich will dich nicht anhieten. Ich will dich nicht verletzen. Nein, warte. Easy, easy, easy. Darüber. Okay. Auf zur Chest. Okay, nice. Eine alte Karte. Eine Landkarte, die offenbar vor langer Zeit angefertigt wurde. Sie weiß den Weg zu einem Ort. Aber was? Okay, dann da rüber. Sehr geil. Oh mein Gott. Onk, onk. Sehr geil. Und die Chest haben wir auch. Oh, ein Reitschwert. Okay, wir gehen noch immer höher. Wir gehen noch immer höher. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Nice, sehr gut. Oh, da bauen wir uns jetzt was. Das wird jetzt episch. Zack. Und jetzt? Rauf da. So, und jetzt? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Geht sich das aus? Geht sich das aus? Geht sich das aus? Es geht sich aus. Ja. 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 Aber du, ich komme sie dann. Link, pass gut auf dich auf, wenn du weiter gehst. Honk, die, puh, pop. Fächer einfach, OP. Link, das müssen wir uns anschauen. Bist du bereit? Klar, ab zur Abreise. Zack, zack. Nice. Wassertempel, die große Wasserquelle von Hyrule. Das ist der Ursprung des Schlamms. Überhaupt kein Zweifel möglich. Schau da oben, Link. Wir müssen lediglich dieses Wasser zur richtigen Stelle leiten. Oh mein Gott. Huh. Zack. Gut, dann können wir hier weiter. Okay, okay, okay. Okay, geil. Link, guck mal. Ja, cool. Und, und jetzt? Easy, okay. Ach. Auf gut Glück. Ah. Ha. Okay, haben wir nur noch zwei. So, okay. Einen einzigen noch Link. Wuh. Okay, das ist ein Level für Jens, Haralds und Christensen wieder. Zack, zack. Dann kommen wir hier rüber. So, zack, zack. Okay, nice. Sehr gut. Dann müssen wir den Lachs hier nehmen. Den da dran kleben. Okay, wo ist jetzt Sidon? So, Sidon, komm rein. Jetzt geben sie mir Power. Und, zack. Easy. Woo. Dann aktivieren wir das noch wieder. Sehr geil. Nein, nicht schon wieder so ein Schlamm-Monster. Das ist unsere Chance. Hat er wieder eine zweite Phase? Okay, eine freaking zweite Phase. Ich habe ihn gehittet. Easy. Let's go. Woo. Oh no. Okay. Nice. Er hat einfach einen Infinity-Stein bekommen. Okay, nice. Woo. Schwur von Sidon, Weiser des Wassers. Zeichen des Paktes von Sidon. Sehr geil. Das bedeutet, Sidon aus dem Dorf der Zorras haben wir geschafft. Yo, Sidon, what's poppin'? Ach, und der kann uns jetzt hier... Ah, das Wasserschild geben. Okay, nice. Nice, 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 nice. People Lady Rosie Express everybody 二